Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. Zu dem gestereigen Clicker Heroes Video kam öfter mal die Frage auf, wie das denn genau gemacht wird mit dem Speedhack eigentlich. Ist eigentlich ganz einfach, deswegen zeige ich euch das heute einmal. Also hier haben wir Clicker Heroes, ich starte mal ein neues Spiel, ja, neuer Patch, was weiß ich. Ton machen wir mal aus und wir sehen im Moment von der Geschwindigkeit her, ja, da könnte man auch nebenbei noch klicken oder man lässt es sein oder wie auch immer. Wir benutzen dafür ganz einfach Cheat Engine. Das ist eine legale Software, die könnt ihr einfach so runterladen und benutzen. Cheat Engine, in meinem Fall jetzt die 6.4, vielleicht gibt es schon eine neuere Version, während ihr das hier seht, müsst ihr einfach mal gucken. Und damit könnt ihr dann hier einen Prozess auswählen. Dauert gerade vielleicht ein bisschen. Ah, so, da haben wir es, okay. Und dann könnt ihr hier Clicker Heroes auswählen, Open. Und, also ihr müsst halt natürlich immer den Prozess auswählen, von dem ihr was verändern wollt, ne, also in dem Fall jetzt Clicker Heroes, so. Und man kann viele lustige Dinge hiermit machen. Insgesamt kann man auf die ganzen Werte dieses Prozesses zugreifen. Das ist ja ein Windows-Prozess in lauter Nullen und Einsen. Und darauf kann man zugreifen und da auch Sachen verändern. Also mit ganz viel Glück können wir hier sogar andere Sachen verändern. Wir können also zum Beispiel mal 110 eingeben, aber das ist jetzt ein reiner Versuch, das habe ich vorher nicht ausprobiert, weil SID Level 110 ist. Wenn wir ihn jetzt einmal leveln, ist er 111. Dann geben wir 111 ein und machen einen neuen Scan. Ne, geht leider nicht. Schade. Hätte ja sein können. Also oft funktioniert sowas aber auch. Also man hat eben gesehen, hier kommen dann ganz viele Einträge. Und ein paar von denen ändern sich dann eben, wenn man irgendwas levelt. Hier sieht man zum Beispiel auch schon, wie die sich geändert haben. Wenn ich jetzt nach 12 suche, bleiben dann nur noch ein paar Ergebnisse über. Und normalerweise kann man hier ein bisschen was verändern und hat dann irgendwann nur noch einen Wert. Und wenn man diesen einen Wert hat, dann kann man den hier einfach anpassen. Also die 12 mache ich jetzt zum Beispiel mal einfach zu einer 13, in der Hoffnung, dass mir dadurch jetzt das Spiel nicht abstürzt. Okay. So, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Das ist nur mal, um zu zeigen, was man noch mit diesem Programm so machen kann. Für den eigentlichen Speedhack braucht ihr nur hier auf Enable Speedhack gehen. Ihr könnt eine Geschwindigkeit auswählen, zum Beispiel 10-fach. Wir achten nochmal drauf, wie schnell das hier runter geht. So, und wenn ich jetzt auf Apply klicke, dann seht ihr hier, das geht super schnell runter. Man kann es natürlich auch noch höher machen, oder noch höher machen, oder noch höher machen. Aber ab einer gewissen Geschwindigkeit kommt der Prozess eh nicht mehr hinterher. Und es wird eventuell sogar langsamer statt schneller. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Also sowas wie 100 oder so ist eigentlich schon ganz krass. So ist schon angemessen, ist krass. Also, weiß nicht. Damit, ja, kommt eigentlich keiner, der es in normaler Geschwindigkeit spielt, dann auch hinterher. Gut, ist zwar ein sehr kurzes Video, aber das wäre es dann auch eigentlich schon. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch weitergeholfen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Macht das bitte übrigens bloß nicht bei irgendwelchen Online-Spielen oder Multiplayer-Spielen oder sonst wo. Zum einen kann das sowieso sehr leicht alles detected werden da, und dann werdet ihr auch gebannt. Und zum anderen, man nimmt sich auch sehr schnell selber den Spaß damit, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal gesagt haben. Also auch sowas wie Clicker-Heroes, was ja doch sehr viele Leute wirklich sehr gerne spielen. Weiß nicht. Ist einfach witzlos, wenn man halt die ganze Zeit so einen Speedhack benutzt. Oder einfach hier die Werte auf ein paar Milliarden anpasst oder was weiß ich, wie viel Geld man... Milliarden werden ja nicht mal viel. Also einfach so richtig viel Geld machen oder so. Ist zwar einmal ganz cool, weil man dann halt super weit ist, aber dann wird es auch andersrum langweilig. Also übertreibt es auch nicht mit dem Programm. Und wie gesagt, versucht es nicht bei Multiplayer-Spielen. Entweder wird es detected oder wenn es mal funktioniert, wird es zurückgesetzt oder was auch immer. Oder ihr werdet gleich gebannt. Okay, das wäre es dann schon mit diesem Video. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Ich kann auch gerne mehr Tutorial-Videos machen. Ich bin auch, wie man jetzt sehen kann, auf Windows 10 gewechselt. Also auch wenn es dazu irgendwelche speziellen Fragen gibt oder sowas, natürlich jetzt nicht auf jede Frage kann ich natürlich nicht ein Video machen. Aber irgendwas, was vielleicht irgendwie mit Games zusammenhängt, mit Spielen zusammenhängt oder so. Da könnte ich ja schon Videos zu machen. Okay, bis dann. Tschüss.